Konzentration, Präzision, Kraft und absolute Willensstärke. Wer dies besitzt, ist beim Bogenschießen genau richtig. Bei den Landesmeisterschaften der Jugend kommen die besten Jungschützen beim BSCBB Berlin zusammen. Denn wer hier gewinnt, der qualifiziert sich für etwas ganz Großes. Für die Jugend ist es natürlich ein sehr wichtiger Wettkampf, da es die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften ist dieses Jahr. Und wenn man sich hier natürlich gut platziert, vielleicht auch noch einen persönlichen oder einen Berliner Rekord oder irgendwas schießt, da kann man sich natürlich auch sehr gut zu den Deutschen Meisterschaften qualifizieren am Ende. In den verschiedenen Altersklassen zeigen die Schützen absolute Höchstleistungen. Denn der Traum, das Erreichen der Deutschen Meisterschaft, ist zum Greifen nah. Die Bedeutung für die Jugend ist natürlich erstmal vorrangig die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. So meiner Meinung nach das wichtigste Turnier, was man am Anfang in der Jugend mitnehmen kann. Und das ist natürlich auch so der erste größere Wettkampf. Er ist rekordberechtigt, Kampfrichter sind da alles. Also es ist schon schön, mal so einen Wettkampf mitzunehmen. Aber nicht nur das Abschneiden im Wettkampf ist für die Schüler und Jugendlichen von hoher Bedeutung. Vielmehr bieten die Landesmeisterschaften eine großartige Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Sportler. Es ist für die Entwicklung halt sehr wichtig, weil es sind halt dann auch nicht mehr so Wettkämpfe, die mal so passieren. Das ist halt einfach ein Wettkampf, okay, hier geht es jetzt um was. Und da ist auch nochmal das Erregungsniveau ein bisschen höher. Das sieht man auch bei den Kindern, die ärgern sich dann manchmal oder freuen sich ganz doll. Und ja, das ist schön mit anzusehen und das fördert natürlich auch und soll es auch. Jede Meisterschaft ist eine Trainingserfahrung. Und die Trainingserfahrung einfach nur, wenn man so trainiert mit dem Trainer, ist etwas ganz anderes, als das im Wettkampf zu tun. In zwei spannenden Finals der Juniorenklasse zeigen die Schützen ihr bestes Bogenschießen. Am Ende setzen sich Alexander Ortler vom BSC BB Berlin bei den Jungen und Marie Marquardt vom BSC Wannsee bei den Mädchen durch und lösen damit ihr Ticket für die deutschen Meisterschaften. Es ist angenehm und ja, also ich bin echt glücklich darüber, dass ich die Goldmedaille gewonnen habe und ja, und vielleicht mich für die Deutsche qualifiziert habe. Super, also es war mit einer meiner besten Wettbewerbe und ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Man darf also gespannt sein, welche Leistungen die jungen Bogenschützen in Zukunft bringen und für wen die Landesmeisterschaften ein Sprungbrett für eine große Karriere darstellen.